Wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende des Veranstaltungsteils, der hier im Saal stattfindet. Und ich darf fast zum guten Schluss die Dame und die Herren noch einmal nach vorne bitten. Jetzt wird es, was den Jahrgang der Musikauswahl betrifft, ein klein bisschen moderner. Jetzt wird es sogar ein bisschen jatziger. Applaus 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 Musik Musik Vielen, vielen Dank dem Hornquartett der Berliner Staatskapelle. Applaus Drei von Ihnen dürfen sich setzen. Einer wechselt, glaube ich, das Instrument noch mal kurz zum guten Schluss. Ich will ein paar ganz wichtige Sachen schnell noch sagen. Erstens erbitte ich einen großen Blumenstrauß, der übergeben wird. Denn, Herr Lakenberg, Sie durften heute bei dieser Veranstaltung teilnehmen und sprechen, weil Ihre Frau, Carola Lakenberg, gesagt hat, ja, er darf. Ihre Frau hat heute Geburtstag und sie ist mitgekommen. Recht herzlichen Glückwunsch. Applaus Nicht schlecht, nicht? Ich bin gebeten, auf ein paar organisatorische Dinge noch hinzuweisen. Sie haben ja gesehen, dass draußen allerlei aufgebaut ist und das kann man von selbst begreifen, was da dran steht, wo es was gibt. Und Sie haben auch gesehen, gleich kommt ein anderes Signal, aber die Sau ist schon tot und sie soll ja auch verspeist werden. Ich bin gebeten worden, auf Folgendes hinzuweisen. Es gibt eine Reihenfolge beim Erwerb des Fleisches, dieses Schweins. Es ist ganz wichtig, damit Sie sich nicht von der falschen Seite anstellen. Bitte erst den Teller greifen, dann die Beilage und dann zu dem Ort, wo das Fleisch vermutlich ganz frisch abgeschnitten wird. Es ist ganz wichtig, wenn Sie es in der falschen Reihenfolge machen, wenn Sie keinen Erfolg haben. Bitte testen Sie es nicht. Das Zweite, ich bin gebeten worden zu sagen, nachdem wir gleich das ganz wichtige Horn-Signal gehört haben, dass Sie nach Möglichkeit den Raum nachher vorne verlassen, durch die Tür. Das geht vermutlich für alle schneller und ist günstiger und Sie kommen trotzdem nach draußen. Das sollte ich sagen, habe ich noch was? Dann weiß ich, bitte? Den Titel machen wir auch noch. Nein, ich muss was anderes sagen, ich habe vergessen zu sagen, dass Sie natürlich alle den RBB verfolgen sollen und alle Hörfunk- und Fernsehprogramme. Und wir wollen den Titel noch sagen, das ist jetzt auf dem Parfumshorn geblasen, ein besonderes Horn, das Signal zum Essen. Dankeschön. Applaus 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 Applaus